Wegen Mordversuchs an seinen Eltern muss sich am Donnerstag ein 48-jähriger Wiener am Landesgericht verantworten. Der Angestellte attackiert im Februar 2019 die beiden mit zwei Küchenmessern in ihrer Wohnung. Dem 73-jährigen Vater fügt er dabei lebensgefährliche Verletzungen im Brust- und Kopfbereich der 71-jährigen Mutter Stichwunden im Gesicht zu. Laut Aussagen des Angeklagten kommt es zum Streit, als er seine Eltern besucht, um einen ärztlichen Befund zu besprechen. Als ihn die Eltern nach dem Gespräch nicht gehen lassen wollen, kommt es zum Eklat. Laut Anklage hat er sich durch seine Eltern in die Enge getrieben gefühlt. Er soll in die Küche gegangen sein, sich dort mit zwei Messern bewaffnet haben und damit in Tötungsabsicht auf die Eltern eingestochen haben.